Hier, wo ist die Schildergröße? Unter, auf, über? Schreib dich, die B. Hä? Wo ist die Schildergröße? Die Schildergröße ist vor dem Schreiblich. Die Schildergröße ist vor dem Schreiblich. Klar? Okay, das sind jetzt die letzten Redivisionen. Hausaufgabe, das Hausaufgabe. Elboplet, Seite 3 und 4. Schreib bitte, setze auf Seite 4. Tschüss!